Jo Leute und wir kommen wieder zurück zu Sparks Challenge Joho Ja den niemand kennt und wir haben schon mittlerweile 1 Uhr 3 schrecklich ey wir sollten mit dem Spielen aufhören das ist jetzt eh die letzte Folge ja genug gemacht knapp dreieinhalb Stunden oder so Jo oder vier Stunden knappe dann haben wir Ruf zum Folgen aufgenommen was was dann haben wir 15 Folgen aufgenommen 15x15 15x15 225 wenn mein ne 255 bzw. 225 hole ööööööööööö pippe meine Nase ey meine Nase juckt deine Nase popelt meine Nase juckt ich bin auch ich bin auch... hallo wie soll ich mich äh mit beiden Händen Beziehungsweise mit einer Hand in der Nase proben, wenn ich mich bewege und die Maus bewege. Ja, ja. Bleib gerade stehen, weißer. Hätte ich auch gesagt. Naja, ist klar. Wie viel Essen habe ich noch? Das reicht. Unterwegs kann ich ja Schlachten und Holz sammeln. Wie ist hier alles? Vielleicht Dreck? Ich mach das mal wieder beim letzten Mal. Dass ich hier ganz Dreck mitmache. Vielleicht jemanden findet. Schweine, 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 kommt mehr. Aber vielleicht nur Diamantenfände. Centos, ich muss dich das mal töten. Tut mir leid, dass ich dich immer töte. Ach, komm, du mir auch. Näh. Na, Thorne. Also kann man da gut mit Erfahrungspunkten auf uns sammeln. Oh. Ich wurde angeschrieben. Ist hier viel Dreck. Na, Johnny wahrscheinlich. Naja, bestimmt. Der gute Mann hat ja heute Geburtstag, wenn wir aufnehmen. Ja. Für euch ist das eine ganz schöne Weile zurück dann. Ja, auf jeden Fall. Heute haben wir den... Vierten. Ne, fünften haben wir schon. Fünften? Oder hatte der gestern? Ne, heute ist der vierte. Heute ist der vierte, genau. Wir haben heute den vierten, ersten 2014. Ah ja. Wo wir die ganze Aufnahmesession machen. Na, aus Langeweile. Tut was, Langeweile. Nee. Ich hätte ja sowieso aufgenommen. Ich wollte was zu tun haben. Oh ja, ist doch schön. Aber wir freuen uns ja immer, wenn wir uns zusammen aufnehmen. Ich hätte ja auch Darkseiders aufnehmen können. Hätte, hätte. Fahrradkette. Noch mehr. Aber ich glaube, da bin ich auch fast fertig. Ja? Wie viele Folgen hast du denn, ja? Äh. Auch so. Weiß ich gar nicht gerade. Aber das hast du ja. Er könnte ja ungefähr passen mit dem anderen. Mit dem ersten Teil, ne? Ja, so ungefähr. So ungefähr, ja. Kommt das hin. Das sind meistens so. Na, finde ich aber dann auch ein bisschen traurig. Ich glaube, ich bin auch irgendwie bei 30 Folgen schon. Naja. Wenn es auch 60 hat, dann ist es auf jeden Fall ein gutes Let's Play gewesen. Mhm. Ich sag doch, ein Let's Play suchen, was nur so eine Stunde dauert. Oder so, wo du schnell durchspielen kannst und jede Stunde ein Part hochlädst. Ah, eine Minute. Das ist bestimmt lustig. Und drüber wird schon mal gelarbeitet. Aber es war immer wieder. Auch mitten in der Aufnahme? Ah, ja. Das war auch, glaube ich, da war, glaube ich, auch Benni zuhören einmal. Danke. Ach so, er hat sich auf Offline gesetzt. Deswegen. Hat mich schon gewundert. Ja, kann sein. Ach ja, so ist das. Aber ich finde immer noch kein Jungel. Jungel. Trau ich unbedingt. Ich sollte mal nicht mehr weiterkramen, meine Fresse. Ich bin viel zu weit gelaufen jetzt schon. Nee, du kannst nicht zu weit laufen. Du kannst nur nicht. Normalerweise mache ich den Tunnel immer nicht so weit. Ach, das war jetzt dann. Cool. Äh, Erfahrungspunkte. Yeah. Erfahrungspunkte sind kein Verbrechen. Dün, 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 dün. Kohle. Jawohl, ich brauche unbedingt Kohle. Drennen. Drennen. Was? Kettensäge? Lass die Kettensäge starten. Was? Ne, ne, bloß nicht. Ich sag jetzt so nichts. Ne, ne, lass mal lieber. Ich wollte es gerade sagen, aber ich lasse das doch lieber. Ja, ich habe es sehr verstanden. Vielleicht haben es auch andere Leute jetzt auch verstanden, was du gesagt hast. Vielleicht. Wenn ihr jetzt echt mal Lust habt, könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr verstanden habt. Er hat das Wildmobit nur gestartet, als Hinweis. Ja, ja, ist klar. Ach ja. Die gute alte schwarze Kettensäge, was? Ja, Flash, du hast einen Knall. Nein. Nein. Nö. Nein. Huch, 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 huch. Was ist los? Da war eine Schlucht, da wollte ich fast reinspringen. So aus Neugier. Also so wie ich immer. Ja, nur dass ich die nicht gesehen habe. Ich habe die auch nicht wirklich gesehen. Das ging nur nach unten auf einmal. Ich dachte, da kann man einfach so runterspringen, aber war halt ein fataler Fehler. Ich habe gehabt, dass ich über ein Stück rüber gesprungen bin. Nein. Weil ich rechtzeitig noch springen gedrückt habe. So, und den Sitzling baue ich nicht. Papi-di-di-di-di, papi-di, papi-di, papi-di-di-di-di. Hehehe. Hehehe. Lala. Lala. Lalalala. Lalalala. Lalalalalala. Lalalalalala. Okay. Ja? Ja. Ich finde nur noch keinen Dschungel, weißt du das? Oh, Lava. Lava, Lava, Lava. Ich habe immer noch keinen Dschungel. Richtig. Juge. Ich habe immer noch keinen Dschungel. Mir egal. Boah, überall Eichensitz. Du brauchst keinen Dschungel, habe ich schon mal gesagt. Ne. Ich bräuchte eigentlich einen Sattel. Könnte ich schon ein Pferd nehmen, aber die Pferde sind alle schon so langsam hier. Du brauchst keinen Dschungel. Nein. Doch. Nein? Ich will ja bald mit dem Spark Challenge fertig werden. Ja, so lange wird es nicht mehr dauern. Ne. Jetzt ist es zu Ende. Fünf Ziele noch. Geht es wirklich zum Ende hin. Bei mir sind es noch sieben. Oder sechs jetzt noch, eher gesagt. Bom. Ach. Ich habe das gar nicht angekreuzt, aber die Folge so benannt. Cool. Schlauer, Junge, du sein. In sechs folgen sind das. Ey, in sechs Aufgaben sind das wahrscheinlich noch, glaube ich, gerade. Ja, sechs sind das noch. Cool. Aber das Schwerste wird auf jeden Fall die Enderparen-Farm sein. Ja, und den Wizard. Ja, und der Wizard. Also die Köpfe zu kriegen. Oh, Hund. Hund, komm mal her. Ich will nicht zähmen. Ich will nicht mitnehmen. So. Und weiter geht's. Ja, dann hast du einen Hund. Ist mir doch egal. Level 10. Nur durch Spotteln jetzt. Hä? Ach gut, jetzt bin ich da wieder auf. Dann kann ich wieder zurückrennen. Hund, komm mal her. Boah, ich muss aufpassen, wenn ich weiter dann angrabe, weil bald tauche ich... ...komme ich wieder bei Lava raus. Klar, ich tauche... Nö, keine Lust, ich geh weiter nach hinten. Ah, so Hund. Sei artig und komm mit. Ähm. Sei artig und komm mit. Ähm, ähm, ähm. Oh, ich geh jetzt mal schlafen hier. Geh hier rein. So. Hier dürfte keine Lava kommen. Aber Redstone. Heier machen, heier machen. Auf die Eier kriegen, auf die Eier kriegen. Ich weiß auch nicht mal, wo mein Hund mehr ist. Schon wieder verbuggt irgendwo rum. Ach, da ist er. Hier ist die Stelle, wo ich die Sprengungen gemacht hatte. Und ich dachte, ich komme da an, wo keine Sprengungen gemacht sind. So, also Sprengungen gemacht. Du weißt doch noch. Ach ja, wo man die und die. Und einfach mal Löcher übereingespringt, ja. Ah ja, du kannst ja eigentlich so einen... ...so einen Pisten machen, ne? Das ist ja immer von oben. Junge. Da ist Kohle. 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 Kohle, Kohle. Jetzt läuft Mario. Danke, Hund. Danke, lieber Hund. Ich danke dir. Danke, lieber Hund. Ich haue dir auf den Mund. Kann ich nicht einfach mal einen Dschungel finden, denn... Nein. Kannst du nicht. Das auch nicht. Aber ich bin froh, dass ich einen Kompass habe. Sonst wäre ich irgendwo... Ja. Ja, ich finde das auch... Ich habe das ja auch so geformatisiert. Ja, du. Den Rückblick finde ich nie wieder. Ja. Da bin ich ein Talent, ne? Wenn du die Koordinaten weißt, das ist ja nicht so schlimm. Wenn du die weißt. Ja, ja. Du weißt die. Ich habe die aufgeschrieben. Aber ich laufe doch nicht dann mit F3 rum. Oder beziehungsweise mach es an und so. Ja, aber du kannst es ja anmachen. Und dann läuft es einfach die ganze Zeit die Richtung. Wenn du ungefähr die Richtung weißt. Gut, dann gehe ich hier lang, weil da kann man eben Sprengen ganz viel. Pilzbiom. Ach ja. Aber ist das auch gemein? Wer findet dieses komische Pilzbiom, wo die Pilzkuhe sind? Boah. Da haben lässt es so suchen. Da wirst du... Nein! Aua. Da wirst du... Ein Enderportal nach einem anderen überall. Äh, ein Enderportal. Ein Enderportal nach einem anderen. Ja. Dann musst du das eigentlich ganz gut klappen. Ja. Das ist ja natürlich richtig heftig. Mä. Mä. Weil die sind so selten die Pilzbiom. Wahrscheinlich wurden die sogar vorgeschlagen, aber die nicht mit reingenommen deswegen. Naja, weil es bestimmt zu schwer war. Ich glaube, es ist schwerer zu finden als ein Stronghold. Ja. Finde ich ja schon davon ab. Ja. Warum wohl? Dank deiner super Leistung von deinem super Rechner von deinem super Minecraft. So. Ja, bei mir spackt Java sowieso rum. Das finde ich eine Frechheit. Okay, sowieso mal so ein bisschen Probleme mit Java. Aber eigentlich wäre es nett, wenn du das nicht nimmst, ein neues Soos. Nö. Nö, war mir auch irgendwie schon klar. Weißt du, wie viele, ne, Pelle nicht im Bauch? Ja, und weiß, wie viele ich jetzt sammeln muss. Neu, egal. Ja, das war mir auch klar. Gut. Und, wo bist du? Dann sind wir uns einig. Hund lebt noch. Gut. Ja, mit dem war ich jetzt mal eine Spazier-Tour. Ja. Oh, du weißt nicht, so die nächsten 10, 20 Folgen auf jeden Fall, solange ich noch Essen habe. So wie ich die ganze Zeit, ne? Naja, aber ich werde mir dann einfach Obsidian-Farm und so. Diamanten! Wir werden eine Glücksspitzhacke. Obsidian-Farm und dann immer losgehen. Wie ihre Portale sitzen, Ruhe ist. Noch mit Diamanten, yay. Hey, hey, hey. Level 15. Weil du kannst wirklich mit... Bisschen im Umkreis rumgucken. Mit Höllenportale schnell porten. Na ja, kann man auch. Ich will mal gerade gucken, wie weit ich... Oh. Ach, geht ja noch. In jede Richtung sind so knapp anderthalb tausend Blöcke. Aber ich springe immer so quer, diagonal einfach durch. Irgendwo. Komm, egal. Ich suche das nächste. Essen, ey, das ist viel schlug. Nicht wirklich links rum. Aber ich finde, tue ich da nichts mehr. Och, nö. Zack, zack. Da hab ich ja super Erfahrung mit. Ja, wie viel Quirbel ist hier noch? Willst du mich verarschen? Naja, zum Glück hat man Fackeln. Fackeln? Soll ich hier eine fackeln, oder wat? Boah, du mit deinen schlechten Witz nochmal. Ne. Doch. Oh, ich hab noch einen schlechten Witz. Mit dem Zigaretten anzünden. Gib mir mal Feuerzeug. Ich sag, steck doch den Finger ins Auge, brennt auch. Oh, 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 oh. Na ja, ich weiß, wir sind immer schlechter. Deine schlechte Witz springen mich so langsam um. Geil. Nice. Findet ihr auch noch toll. Go, go, go. Go, Steve. Lauf, Steve. Go. Willst du mich verarschen? Jep. Echt. Ein Gravefeld nach dem anderen kommt hier grad. Boah, wow, ich hab ein Dorf gefunden. Enorm. Ey, da kann ich aber Essen snacken. Geil. Essen, Essen. Oh, Hühnchen, 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 Hühnchen. Ist immer gut. Und Kohle. Ja, die Folge ist auch bei Steinen wieder. Aber egal, noch ein Dorf gefunden. Ich find kein Dschungel. Tausend Dörfer, ja. Kein Dschungel. Oh, boah. Ich hab schon noch. Wie lange hat das gedauert, bis ich hier nicht Hunde gefunden hab? Ja, dennoch. Auf ne kleinen, einsamen Insel. Das war echt so ne kleine, einsame Insel, wo ich die drauf gefunden hab. Und leider musste ich die zurücklassen. War die zu langsam, waren die Viecher. Ne, die porten sich irgendwann nicht. Boah, die Dinger sind wirklich auf Queck, ey. Das ist ein bisschen blöd, dass die sich irgendwann nicht mehr porten. Das ist ein bisschen scheiße gemacht, find ich. Na ja, ist auch egal. Oh, ich kann ich's mal auf. Hä. Und meine Villager sind wieder auf Queck. Aber eindeutig LST oder sowas. Sind immer drauf. Na Jungs, alles gut bei euch. Was die sich da gedacht haben bei... Ja, die speeden jetzt aber noch voll viel. Äh, äh. Ja, die Entwickler haben sich echt was dabei gedacht. Geht bloß den Spielern aufs Nerven wahrscheinlich. Ja, mit dem Sound. Äh, äh. Da hat sie auch kommen. Wir nerven die einfach mal. Das Schlimme ist, hier ist irgendwie ein Weizenfeld oder so. Oh. Ah. Dachte mal irgendwo, kannst du dir ein bisschen Nahrung hier wegholen? Nein. Der will 16. Und die Folge ist auch gleich schon wieder zu Ende. Ich krieg' ich einen Rappel. Weiß, ich seh schon. Und? Wir zurückrennen. Und jetzt geht's. Weiter geht's. Ich bin schon weit genug gelockt jetzt. Komm, Hundi, wir machen uns weiter auf den Weg. Oh, warte mal, ist eine Schlucht. Und? Ah, ist nicht besonders so eine. Fall da bitte nicht runter, Hund. Und weiter, 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 weiter. Ja, nochmal ein bisschen Graben, 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 Graben. Lala. Komm, ich mach mal die Spitzhacke schmeißen. Holz hab ich genug mit. Bisschen Reparation gemacht. Reparation. Reparation? Reparation. Der Rapper macht Ration. Oh, die Folge. Ja. Ja. Na gut, Leute. Dann sagen wir bis zum nächsten Mal bei Spark Challenge. Tschau, tschau. Tschüss.